Herzlich willkommen zum Equisto-Podcast, hier auf Spotify, diesmal mit dem Intro richtig am Start. Wir sprechen diese Woche über, oder ich spreche mit Benjamin, meinem lieben Partner hier, über verschiedene Themen der Weltwirtschaft und der Aktienwelt. Wir sprechen diese Woche über Inflation in den USA, über den Robo-Taxi-Day bei Tesla, über die Pausch-Absatzzahlen über HubSpot und Google und über den NFC-Chip von Apple und am Ende gibt es dann noch einen tieferen Einblick in unsere neueste Aktienanalyse, nämlich bei der Aktie der Woche bei American Express, einer möglicherweise guten Investment-Alternative zu Visa und Mastercard, die ja schon relativ beliebt sind. Und ich würde sagen, Benjamin, hallo erstmal und wir legen einfach los mit den Makrodaten, oder? Ja, fangen wir mal mit der Inflation in den USA an und die ist gesunken auf 3%. Wir erinnern uns ja, letzte Woche hatten wir in Deutschland, da war die Inflation in Deutschland auf 2,3% gesunken. Also die USA sind auf jeden Fall nochmal ein ordentliches Stückchen drüber und die Schritte, in denen man zurückgeht in Richtung 2%, was ja das Ziel ist, das sind schon so nur noch Baby-Schritte, im Mai waren es noch 3,3% Inflation und die Kerninflationsrate, die liegt in den USA immer noch bei 3,3%, ist jetzt auch ein bisschen gesunken von 3,4%. Ich glaube, da geht es aber um die, wahrscheinlich um die PCE-Inflation, oder? Genau, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, Jerome Powell hat aber, glaube ich, gesagt, dass es noch ein bisschen was braucht, bis Zinsen gesenkt werden, oder? Das hattest du dir ja ein bisschen genauer angesehen. Ja, also wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht, braucht es ja noch ungefähr ein Jahr, bis wir auf 2% sind. Ich weiß nicht genau, wann die FED sich überlegen will, wann sie anfängt mit Zinssenkung, ich denke mal schon vorher. Aber es braucht noch deutlichere Signale, das hat Jerome Powell auf jeden Fall gesagt und ich denke mal, er meint damit auch, dass da einfach mal noch ein bisschen mehr Dynamik in den Rückgang der Inflation reinkommt, weil es ist wirklich aktuell extrem langsam. Wir erinnern uns vielleicht Anfang des Jahres, das ja schon zur Mitte des Jahres, da hier die größten Zinssenkungsschritte kamen. Jetzt mittlerweile geht der Markt wirklich davon aus, dass im September die erste kommt. Da ist, glaube ich, schon über 90% Wahrscheinlichkeit. Juli jetzt gar nichts mehr, aber man rechnet ziemlich sicher damit, dass jetzt im September gesenkt wird auf, ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, 5,0 oder sowas? Ja, 5,0 bis 5,5, genau. Genau, 92% spekulieren also auf Senkung und ja, ist natürlich nur auch so ein Tropfen auf den heißen Stein, das wird jetzt nicht dazu führen, dass jetzt wieder die Wirtschaftsrallye ausbricht. Die Wirtschaftsdaten sind ja eher wirklich schlecht in den USA und auch in Europa. Ich bin mal gespannt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht so ganz, ob der Markt es eingepreist hat, dass hier doch eher auch ein Hardlanding kommen kann, weil klar, Senkung ist schön und gut, aber Richtungsumkehr ist die eine Sache. Niedrige Zinsen bedeutet das aber im Umkehrschluss oder in der Folgerung noch längst nicht. Das kann auch lange dauern und ich weiß nicht, wie robust dann am Ende doch vor allem die amerikanische Wirtschaft auch ist und ob wir da nicht noch auch die ein oder andere Korrektur an der Börse sehen, wenn es dann zu einem Hardlanding kommt und nicht zu so einem Softlanding, wie glaube ich auch aktuell noch eher erwartet wird. Ja, ganz interessant ist auch, dass jetzt bis Dezember dann nochmal die zweite Zinssenkung auch in den Zahlen drinsteht, also zumindest mal bei dem guten CME-Fatwatch-Tool. Da wird schon quasi, also da ist sogar der Markt so zur Hälfte sicher, dass es eine zweite Zinssenkung geben wird und die andere Hälfte sozusagen geht schon von der dritten Zinssenkung aus. Also der Optimismus nimmt da wieder zu, aber ich meine ganz am Anfang des Jahres hatten wir ja eigentlich auch das. Wir hatten dann glaube ich schon alle im März damit gerechnet, dass irgendwie die Zinsen dieses Jahr gesenkt werden oder so und jetzt sind wir da, dass es im September wahrscheinlich passieren wird und ich glaube im März waren ja auch schon die Quoten so, dass es so Richtung 60, 70 Prozent Zuversicht gegen das eine Zinssenkung kommt. Ja, also bleibt alles noch etwas diffus und auch so wie du sagst, dass die Wirtschaft vielleicht abschmiert, das muss ich persönlich sagen, gehe ich eigentlich auch davon aus, dass wir irgendwo noch eine Rezession erleben könnten. Also wenn ich jetzt mal so dran denke in den USA, man sieht das gerade im Konsum extrem gut. Der Konsum ist voll am Boden, also es wird weniger konsumiert, die Preissetzungsmacht sinkt auch. Ich finde Apple ist da so ein ganz guter Indikator, weil eigentlich haben die ja in den guten Zeiten, in den wirtschaftlich starken Zeiten die ganze Zeit immer ihre Produktpreise angehoben und jetzt will ich mal sehen, was sie beim nächsten iPhone machen. Trauen die sich da nochmal irgendwie die Preise anzuheben oder sagen sie halt lieber, hey, wir geben den Druck an unseren Zulieferer weiter und der muss irgendwie die Einsparungen eintreiben. Das letzte iPhone war ja schon günstiger als das davor, iPhone 15 war ja schon günstiger als 14. Ja genau und ich weiß jetzt nicht, ob das iPhone 16 zum Beispiel, das ja im Endeffekt auch in zwei Monaten schon vorgestellt wird, ob das nicht einfach wieder denselben Preis haben wird. LVMH hat bekannt gegeben, dass sie die Preise dieses Jahr nicht erhöhen, weil sie es auch übertrieben haben. McDonalds führt günstige Menüs ein, Nike bleibt auf den Schuhen sitzen und der Direktvertrieb von Nike, der bleibt noch mehr auf den Schuhen sitzen, also weil die halt am wenigsten rabattieren und da muss man sagen, ich habe schon das Gefühl, dass die Wirtschaft gerade auf der Konsumseite echt ins Stocken kommt und bei anderen Bereichen ja eigentlich auch, bei Immobilien merkt man das ja auch, die Kreditkartenschulden in den USA sind auch enorm angestiegen. Also ich sehe eigentlich alle Zeichen dafür, dass es auch zu einer wirtschaftlichen Abkühlung kommen wird und ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die Wirtschaft sogar mal für ein paar Quartale schrumpfen wird, aber ich habe das Gefühl, bei manchen Aktien wird es halt eingepreist und bei anderen Aktien wird es überhaupt gar nicht eingepreist, weil vielleicht auch das Thema AI da zu sehr noch manche Aktien pusht. Ja, ja, also es ist ja so, dass AI und KI-Aktien aktuell richtig gut gelaufen und der Rest eher nicht so. Diese fehlende Marktbreite beim Wachstum ist auch oft, glaube ich, so ein Indikator dafür, dass es zu Korrekturen kommen kann. Also ja, ich würde aber jetzt trotzdem nicht sagen, man muss sein Geld rausziehen und warten, bis dann der große Knall kommt. Das funktioniert in der Regel nicht. Ich würde allerdings, wenn ich jetzt kaufe, auch sowas wie Nike nicht unbedingt sagen, jetzt ist der Zeitpunkt des Jahrzehnts gekommen, um hier sein ganzes Geld reinzufeuern. Weil es kann ja auch sein, wer weiß, was kommt, dass die Absätze von Nike weiter sinken, dass vielleicht der Gewinn weiter sinkt oder der Gewinn sinkt. Und dann hilft dir auch ein niedriges KGV nicht mehr, weil selbst wenn das dabei bleibt, muss der Kurs trotzdem sinken. Also man weiß ja nie, wie es weitergeht. Man kann auf jeden Fall jetzt einsteigen, zum Beispiel bei sowas wie Nike, finde ich sinnvoll. Aber ich würde das dennoch eher dann so ein bisschen gestückelt machen, weil die Aussichten doch jetzt nicht so eindeutig sind, wie es dann jetzt mit der Wirtschaft in Zukunft weitergeht. Ja, und auch einer aus dem zyklischen Konsum, der ja in den letzten Wochen einfach auf einen Monatssicht 50 Prozent und mehr Kursrendite gebracht hat. Das war ja Tesla. Und das Krasse ist, eigentlich hätten wir uns ja darauf freuen können, in einem Monat den Robo-Taxi-Day zu erleben, wo irgendwelche Robo-Taxi-News vorgestellt werden. Aber Tesla hat dieses Event verschoben um zwei Monate, von August auf Oktober. Und naja, wer das macht, der hat auf jeden Fall wahrscheinlich noch kein Robo-Taxi vorzuweisen oder kein Robo-Taxi, das man vorstellen möchte. Auf jeden Fall ist die Tesla-Aktie in der Reaktion dann acht Prozent gefallen und damit endet jetzt so ein bisschen dieser Aufwärtstrend. Ich muss sagen, ich habe mir heute Morgen so beim Spazierengehen gedacht, so da ja wahrscheinlich, also es ist ja jetzt schon eher unwahrscheinlich geworden, dass ich meine Wette dieses Jahr noch gewinne. Wahrscheinlich wird Tesla eher über 300 Dollar dieses Jahr erlanden. Aber da habe ich mir gedacht, so vielleicht shorte ich es irgendwann einfach mal und dann gehe ich das Risiko an der ganzen anderen Short-Seller und glaube einfach daran, dass Tesla wieder irgendwie fallen wird. Mach das mal, mach das mal, das ist Skin in the Game. Ich habe ja auch Skin in the Game bei meiner Wette. Aber ich muss sagen, Shorten ist nochmal schwieriger. Das würde mich auf jeden Fall härter mitnehmen, wenn ich was shorter, als wenn ich Long gehe. Das heißt, vielleicht musst du nicht so eine große Position shorten. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich würde es auch nicht gehebelt, glaube ich, machen, sondern einfach so einen einfachen Short machen. So, muss man mal gucken, vielleicht gibt es bei Trade Republic irgendein Produkt dazu, dass das kann. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant, weil mir ist nämlich eingefallen, was soll ja nächstes Jahr passieren bei Tesla. Also jetzt sagen wir mal, die kommen jetzt mit dem Robo-Taxi-Day. Ich bin davon überzeugt, dass da kein Robo-Taxi kommen wird. Also Elon Musk wird da jetzt nicht kommen und sagen so, hey, wir haben jetzt dieses Robo-Taxi, alle eure Model 3s, ihr könnt die jetzt einfach per Knopfdruck, abends fahren die dann raus und fahren irgendwelche betrunkenen Leute durch die Städte und die von der Feier irgendwie heim müssen und ihr verdient da jetzt passiv Geld mit eurem Auto. Daran glaube ich nicht, dass das passieren wird, weil dafür fehlt einfach die Regulatorik. Und andererseits, was soll, also welches Modell soll Tesla denn nächstes Jahr präsentieren? Also ich glaube auch nicht, dass das Model 2 ist ja so inoffiziell auf Eis gelegt. Und ich glaube auch, dass Model 2 hätte schon eine sehr harte Konkurrenz mit irgendwelchen chinesischen Konkurrenzmodellen, irgendwelchen BYDs und so, die jetzt auf die Straßen kommen. Da sehe ich persönlich da auch nicht so ganz das Potenzial. Also ich glaube halt, so eine China-Recovery könnte ganz interessant werden für Tesla, aber ich wüsste jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht, was nächstes Jahr für ein neues Modell bei Tesla rauskommen soll, was jetzt auch so voll der Kassenschlager werden soll. Ich glaube, eigentlich haben die immer mit dem Cybertruck gerechnet, dass der richtig gut läuft und dass die jetzt halt mit dem Semi dann so in dieses B2B-Business reingehen für LKW. Naja, dieses Robo-Taxi soll ja eigentlich kommen. Also ich denke mal, ich stelle mir das eigentlich eher so vor, dass die so eine Art, dass die das jetzt so ein bisschen wie Waymo machen, dass die einfach so ein Auto haben, was jetzt so ein kleiner Minibus ist und dann haben die vielleicht noch einen Fahrer, der irgendwo Homeoffice macht und das Ding theoretisch steuern kann. Und dass die so ein bisschen damit ihre Präsenz erhöhen, dass da einfach auch Leute schon mal dann so mit gefahren sind, theoretisch, weißt du so, dass die so ein bisschen da so Grund unter die Füße bekommen wollen. Auch jetzt nicht so, dass es direkt alles selbst funktioniert, aber so auf dem Waymo-Style vielleicht. Ja, also ich finde es schwierig. Ich glaube halt, dass jetzt, selbst wenn die so ein Modell aus dem Hut zaubern, dann wird es ja nicht mehr als Waymo sein. So, weißt du, das wird irgendwie in ein, zwei amerikanischen Städten rumfahren oder in irgendeinem afrikanischen Land kriegt es dann eine volle Lizenz. Aber ich glaube nicht, dass das eben, also es wird halt vielleicht so ein Prestigeprojekt sein, dass man sagen kann, hey, wir haben jetzt ein Fahrzeug auf der Straße, aber es macht eigentlich noch nicht wirklich Umsatz oder Gewinne sowieso nicht. Und diese Vision für den Heimnutzer, der seinen eigenen Tesla hat und den dann irgendwie rumfahren lassen kann, das sehe ich gar nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich bin da mal gespannt, weil eigentlich, ehrlich gesagt, sehe ich nächstes Jahr wieder ein Transition Year. Ich weiß jetzt auch nicht, was bei Tesla nächstes Jahr passieren sollte. Ja, und also ich kann mir halt vorstellen, dass auf einer niedrigen Basis dann wieder die Umsätze wachsen, weil vielleicht dann einfach das Schlimmste schon durch ist. Aber wer weiß, vielleicht kommt eben, wie gesagt, die wirtschaftliche Abkühlung, dann sieht es bei Tesla auch nicht so gut aus. Ich glaube, die müssen einfach ihren Roboter jetzt mal auf die Beine stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann kann Tesla nämlich wahrscheinlich Großteil seiner Mitarbeiter entlassen und wenigstens die Gewinne steigern. Ja, also Roboter tatsächlich da, das könnte interessant werden. Aber ich glaube, ich bin ja hier ein bisschen der Tesla-Hater. Ich sollte das einfach über einen Short regeln. Genau. Ich spiele Tatum sprechen mehr als Rorte. Genau. Aber dafür ist mir der Tesla-Aktienkurs noch zu niedrig. Da ist er mir noch zu rational bewertet praktisch. Ja, gut. Deswegen so bei 300 Dollar, da gucke ich mal. Naja, auf jeden Fall, der Tag wurde auf jeden Fall verschoben. Das ist so das, was es jetzt gab. Das ist alles ein bisschen schwierig, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und ja, ich glaube, du wolltest schon weitermachen mit dem nächsten Automobilhersteller, oder? Genau. Der ist eher nach meinem Geschmack. Das ist nämlich Porsche, die mal wieder beim Aktienkurs gestiegen sind. Aber eher so, die machen einfach die Tesla-Story aber andersrum. Also die sind auch so mit so einem Transition hier, die sagen, ja, 2024 ist jetzt nicht so das Jahr der Modelle, sondern erst nächstes Jahr kommen dann die ganzen Umsätze rein. Also beziehungsweise es ist das Jahr der Modelle, aber die kommen alle halt erst auf den Markt. Und auch da sinken die Verkäufe auch weniger sogar als gedacht. Und so mit so einem mini kleinen Plus konnte dann Porsche dann auch wieder mal steigen. Fünf oder sechs Prozent, glaube ich. Ja, genau. Und die Verkäufe sind um fast sieben Prozent runtergegangen. Was krass ist, ist aber in China läuft das wirklich katastrophal. Da geht es um ein Drittel runter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht. Wir hatten ja, ich würde sagen, vor zehn Jahren war ja China so der heilige Gral. Und so jedes Unternehmen sollte am besten in China sein. Das tolle Wachstum von dort und der steigende Wohlstand und so. Und jetzt plötzlich wird ja China so ein bisschen wie das Rücken, das Messer im Rücken. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, wie sich die Zukunft von China entwickeln wird. Weil ich muss sagen, ich bin nicht ganz so überzeugt, dass China wirklich so diese, ja, also ich glaube sowieso nicht, dass wir das irgendwie noch erleben werden, dass die Chinesen auf den amerikanischen Wohlstand kommen. Also so pro Person gesehen praktisch. Aber ja, also wird China noch so krass wachsen, auch langfristig? Oder ist irgendwann die Story einfach ein bisschen zu Ende? Und ich persönlich handele so mit meinem Geld, dass ich gar kein China investiere, weil ich von diesem Land nicht überzeugt bin. Tja, also ich finde auch den Absatzeinbruch in China um ein Drittel krass. Vor allem, weil ich glaube, dass China, also die Wirtschaft ist ja, soweit ich weiß, im ersten Quartal um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sogar gewachsen. Klar, Automobilhersteller ist natürlich auch ein zyklisches Geschäft. Aber ich finde es auch krass, dass es da so einen Umsatzeinbruch gab. Aber es ist halt, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, du musst halt trotzdem in China drin sein, sonst verpasst du halt auch irgendwie was. Du bist halt dann bei deinen Umsätzen mit einer stärkeren Schwankung direkt dabei. Ich glaube aber grundsätzlich schon, dass China auch noch mehr Wachstumspotenzial hat. Also es ist ja trotzdem ein Land, wo noch ein Großteil der Bevölkerung nicht auf dem Wohlstandsniveau ist, wie es eigentlich sein könnte. Und ich finde, das ist ja auch immer dann noch so ein Weg, den man gehen kann oder der auch noch gegangen wird. Ich glaube aber, dass in China auch da einfach auch ab und zu mal Schwankungen im Absatz drin sind. Und jetzt ist gerade halt eher ein schwächeltes Land. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das auch wieder erholen wird. Ja, bleibt auf jeden Fall echt spannend. Was bei den Modellen so abgeht, ist, dass der Cayenne auf jeden Fall gut gewachsen ist, 16 Prozent mehr Cayennes verkauft. Und der 911 8 Prozent mehr verkauft. Ich weiß jetzt nicht, beim Cayenne wahrscheinlich ein neues Modell rausgekommen. Ja. Ja, und beim 911 muss man sagen, ich glaube, also der ist ja limitiert. Da kann Porsche, wenn die wollen, nächstes Jahr auch 20 Prozent noch mal mehr verkaufen wahrscheinlich. Das ist eher dann geregelt, wie viel mehr sie verkaufen. Und man muss ja auch wirklich bedenken, diese Modellwechseljahre sind halt auch einfach scheiße, weil du dann einen Übergang hast. Dann kann man irgendwie zwischendurch das gar nicht bestellen. Und du hast ja nicht so einen kontinuierlichen Verkauf, wie wenn das jetzt Modell schon im Markt ist, sondern diesen Übergang. Und das ist ja auch was, was man berücksichtigen muss. Und das drückt natürlich bei Porsche auch gleichzeitig noch mal auf die Verkäufe. Das heißt, wir wissen jetzt gar nicht so genau, wie es aussehen würde, wenn sie nicht dieses Modellwechseljahr jetzt auch hätten. Ja, wir sind ja beide investiert. Hoffen wir mal das Beste für Porsche. Hoffen wir mal das Beste für Tesla. Und das Beste für Alphabet. Das Beste für Tesla hoffen. Genau. Und wenn wir das Beste für Alphabet auch noch hoffen, dann verdienen wir noch mehr dran. Ja, Google wollte ja HubSpot übernehmen und das wurde jetzt abgesagt. Irgendwie will man doch nicht mehr. HubSpot komplett abgestürzt, irgendwie so 15 Prozent oder sowas. Und Google oder die Alphabet-Aktie ist gestern auch gefallen. Aber ich glaube, das war jetzt nicht der Grund. HubSpot ist so ein CRM-Anbieter, so ein bisschen wie Salesforce. Genau. Aber die machen eben auf KMU-Basis sind die so. Deswegen sind die einfach eher für die Bedürfnisse von kleinen mittelständischen Unternehmen konzentriert. Du kannst E-Mail-Marketing dort machen. Du hast dann deine Kundenkarteien und so. Ist schon ein relativ mächtiges Tool. Also auch so Social Media kannst du darüber planen. Ganz interessantes Unternehmen. Ich finde HubSpot eigentlich auch ganz cool. Ich muss sagen, es ist halt so aus Unternehmenssicht schon eine sehr teure Lösung. Also wir benutzen das jetzt nicht, weil das uns, glaube ich, auch zu teuer war damals. Aber ja, scheint echt ein ganz gutes Tool zu sein. Also die Nutzerzufriedenheit ist wirklich enorm. Und Google hat sich ja damit versprochen eigentlich, dass sie so ein bisschen irgendwie vielleicht näher an den Mittelstand rankommen und auch vielleicht nochmal das Google-Marketing-Budget etwas erhöhen können, indem sie einfach näher am Mittelstand rutschen. Ja, und auch sich stärker in die Unternehmen integrieren. Ich meine, sie haben ja schon so Office-Alternativen. Und wenn sie dann noch im CRM richtig am Start sind, können die sich ja richtig mit den Unternehmen verzahnen. Genau. Und so aus dem strategischen Move heraus muss ich aber sagen, ich fand die Übernahme jetzt nicht ganz so spannend. Ich hatte da auch ehrlich gesagt irgendwie schon Angst, dass da direkt der Regulator dann aufspringt und sagt halt so, hey Google, was machst du denn da jetzt wieder schon? Und also ich weiß nicht, ich glaube, Google kann ein paar gefährlichere Übernahmen machen, als irgendwelche Tools aufzukaufen, irgendwelche Software-Tools. Und für den Umsatz von Google, also von Alphabet hätte das jetzt auch, glaube ich, nicht so viel beigetragen. Also ich glaube, das ist nicht so interessant aus der Sicht von Alphabet. Naja, ist ja jetzt eh Schnee von gestern und dann können wir uns jetzt mal dem nächsten Unternehmen, das reguliert wird. Ja, Apple, die haben ja in der EU so ein bisschen Probleme gehabt mit ihrem NFC-Chip, weil man da ja nur Apple Pay benutzen kann. Das soll sich jetzt aber in Zukunft ändern. Wenn jetzt eine Bank irgendwie einem Nutzer die Möglichkeit geben will, mit der Kreditkarte auf dem iPhone zu bezahlen, dann soll in Zukunft nicht unbedingt mehr Apple Pay benutzt werden müssen. Ja, Apple hatte das damals ja auch so oder rechtfertigt, diese Vorgabe, über Apple Pay zu gehen, ja auch so ein bisschen wieder mit dem Thema Sicherheit. Aber so ganz glaubt die EU-Kommission nicht, dass das für die Nutzer besonders unsicher wird, wenn man nicht mehr Apple Pay benutzt. Die haben jetzt auf jeden Fall erstmal eine Zugehörige gegeben, dass zehn Jahre lang auch andere das nutzen sollen. Danach wird wahrscheinlich nochmal neu verhandelt. Also in Zukunft wird man dann, wenn man irgendwie mit seinem iPhone bezahlen möchte, nicht unbedingt mehr Apple Pay benutzen. Für den Nutzer, muss ich sagen, ist das ehrlich gesagt ziemlich egal, würde ich sagen. Es gibt ja eigentlich kein Kreditinstitut mehr, was nicht Apple Pay möglich macht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das für die Banken aussieht. Ich denke mal, die müssen ja auch irgendwie eine Art Gebühr zahlen an Apple. Das würde dann wegfallen. Und ja, ich denke mal vor allem für Paypal könnte es auch interessant werden. Ja, also müsste man jetzt eigentlich mal schauen, was der Paypal Aktienkurs gemacht hat. Der ist jetzt so, ja gestern dezente zwei Prozent im Plus gewesen, aber diese Woche hat er sich nicht so krass bewegt. Ich finde das auf jeden Fall ganz interessant. Ich glaube aber, es kommt einfach wie immer alles, was reguliert ist, fünf bis zehn Jahre zu spät. Also ich glaube, der Schaden ist schon entstanden. Ja, aber also warum sollte ich jetzt noch wechseln? Ich sehe zumindest einen Vorteil drin, also weil Paypal ja beispielsweise höhere Gebühren hat. Was Paypal jetzt machen könnte, ist zu sagen, hey, du kriegst Cashback auf jede Zahlung oder sowas. Das wäre jetzt so eine Strategie, die Paypal machen könnte. Das könnte auch grundsätzlich, sagen wir mal irgendwie. Oder eine Bank kann das ja auch machen. Genau, eine Bank, eine andere Kreditkarte oder so entwirft ihr eigenes System, um dann, dass du da so über den NFC-Chip da mobil bezahlen kannst. Das wäre halt ganz interessant. Dadurch würde natürlich mehr Wettbewerb entstehen, dass du da mehr Möglichkeiten hast. Andererseits muss man sagen, theoretisch stehen ja Apple diese Möglichkeiten ja auch frei. Dadurch kann Apple dann auch wieder notfalls mit kleinen oder indem sie einfach nur die Konkurrenz matchen in ihren Angeboten, dann auch die Leute am Wechseln dann irgendwie wieder hindern. Ich glaube, die Macht der Gewohnheit ist trotzdem einfach zu groß, dass für die meisten Leute da einfach kein Anreiz besteht, irgendwo hinweg zu wechseln. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, vielleicht wird auch Apple Pay jetzt einfach ein bisschen besser, wo sie Wettbewerb praktisch kriegen. Zum Beispiel mich nervt, dass Apple Pay du da irgendwie auch nur deine letzten fünf Transaktionen immer sehen kannst. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man mehr sehen kann. Oder dass man vielleicht auch so ein bisschen Finanzanalyse-Tool das so ein bisschen aufpäppelt. Vielleicht kann man es ja auch so sehen, dass Apple Pay sich noch ein bisschen besser macht, wo sie jetzt Konkurrenz kriegen. Ja, wird spannend. Ich weiß auch gar nicht, was Apple da, also theoretisch muss es ja da auch irgendwelche Innovationen geben, die dann da stattfinden. Beispielsweise in China machen die das ja auch gar nicht mit einem NFC-Chip, sondern die machen das mit einem QR-Code. Also können wir mal in Zukunft schauen, wahrscheinlich aber diese QR-Code-Lösung eben wegen irgendwelcher NFC-Chips, die du dann nicht benutzen kannst. Können wir ja mal schauen, wie das in der Zukunft dann aussieht, wie sich der Markt entwickelt. Also ja, ganz interessante Geschichte. Und damit haben wir ja eigentlich auch schon fast die Brücke geschlagen zu einem Unternehmen, das auch in der Zahlungswirtschaft ist, nämlich die American Express. Ja. Und Philipp? Ich habe direkt mal eine Frage zu Anfang. Ja, ja, genau. Also frag du erst mal deine und dann frage ich dich mal was. Also American Express war ja zumindest bei uns in den letzten Jahren nie so ein Unternehmen, wo wir gesagt haben, das ist jetzt so interessant. Ich glaube, du hast gemeint, Fans ist auch eigentlich nicht so interessant, weil es eigentlich nicht diesen spannenden Part von Visa und Mastercard hat, dass sie eben keine Kredite vergeben und Kreditrisiken haben. Und deswegen haben wir uns auch eigentlich nie so viel mit dem Thema beschäftigt, American Express. Jetzt würde mich mal interessieren, wie da praktisch der Sinneswandel entstanden ist, beziehungsweise was dich jetzt doch von dem Unternehmen womöglich überzeugt hat. Also ich muss sagen, auf American Express bin ich aufmerksam geworden, weil wir mal vor einiger Zeit eine Visa-Analyse gemacht haben. Und dann setzt man sich auch automatisch ein bisschen mal mit American Express auseinander. Und eine Sache, die sehr schnell offensichtlich wird, American Express ist eigentlich verantwortlich für so zwei bis drei Prozent der Kreditkarten weltweit, aber acht Prozent des Kreditkartenzahlungsvolumens. Also man merkt, eine Kreditkarte, also es sind nicht viele Kreditkarten, die es bei American Express gibt, die ausgegeben werden, aber die Kreditkarten, die scheppern ordentlich. Und zwar nämlich etwa viermal so viel werden die genutzt wie eine Visa oder Mastercard. Und das hat einen deutlichen Effekt und da werde ich gleich nochmal so ein bisschen drüber reden, aber ich wollte mal so ein bisschen, ja, paar Fun Facts raushauen. American Express wurde 1850 gegründet, also vor fast 175 Jahren und hat damals keine Kreditkarten gemacht, damals gab es das noch nicht. Was denkst du, mit was hat American Express angefangen? Was hat American Express eigentlich mal gemacht? Äh, bevor sie Kreditkarten ausgegeben haben, aber schon ein Finanzunternehmen waren. Also 1850, mit was haben sie angefangen? Hm, wahrscheinlich irgendwie Postkutschentransfers von Geld. Ja, selbst das noch nicht mal, sondern die waren wirklich einfach ein Kurier. Also war ich ja gar nicht so weit weg. Genau, also deswegen heißen sie American Express, weil wie Federal Express, also FedEx, haben sie einfach Sachen durch das ganze Land gebracht. Also du hast irgendwie, im Endeffekt waren sie eigentlich ein Konkurrenzunternehmen zur Post. Irgendwann haben sie dann entdeckt, hey, es ist ja ganz interessant Geld zu transportieren, weil das irgendwie ein Need war, das ganz viele Leute hatten. Dann sind sie in diesen Markt eingestiegen. Das hat denen auch so ein bisschen den Arsch gerettet, weil das wurde dann, ja, es gab dann eine tiefe Krise. Das wurde auch alles reguliert mit dem Transport von Waren und irgendwie mit Geldtransporten konnte man sich dann da so über Wasser halten. Und irgendwann, relativ spät, also vor so 60 Jahren, sind sie dann in das ganze Kreditkartengame eingestiegen, sind die Nummer 3 der Kreditkartennetzwerke aus dem Westen. Also es gibt zwar in China noch Union Pay, es gibt noch aus Japan JCB, die sind auch recht groß, aber die sind international gesehen halt nicht so relevant. Und ja, du hast ja schon richtig gefragt, warum sollte man eigentlich in die Nummer 3 investieren, wenn es die Nummer 1 und die Nummer 2 in der Börse gibt. Und naja, wir reden ja oft von einem Duopol der Kreditkarten und nicht von so einem Tripol. Aber man muss sagen, American Express würde ich auch nicht als Kreditkartenfirma verstehen, sondern als Bank. American Express ist eine Bank und zwar eine Bank, die ganz interessant ist, weil die eine extrem tiefe Integration zu ihren Kunden hat und sowas wie eine Apple Bank ist. Eigentlich das, was Apple mit seiner Apple Karte machen wollte, hat American Express richtig hingekriegt. Denn American Express gibt ja Kreditkarten unter einer eigenen Marke aus, hat auch ein eigenes Kreditkartennetzwerk und durch diese Integration haben die eine Preissetzungsmacht. Die können ja in ihrem eigenen Kreditkartennetzwerk auch ihre eigenen Gebühren verlangen und die sind zufällig höher als bei Visa und Mastercard. Gleichzeitig hast du keine Regulierungsprobleme, weil du eben so der kleine Dritte bist und alles ist in Ordnung. Und was American Express dann noch gemacht hat, ist, sie haben es geschafft, ihre Karte zu einem Statussymbol zu machen. Wenn du eine Visa oder Mastercard hast, ganz ehrlich, das juckt ja keinen so. Weißt du, das ist ja nichts Besonderes, eine Visa oder Mastercard zu haben. Du kannst dir fünf Dinger davon gleichzeitig beantragen, wird halt alles bei der Schufa eingetragen, aber kriegst du alle genehmigt. Kein Thema. Aber eine American Express Platin-Karte zum Beispiel kostet 700 Dollar pro Jahr oder die schwarze Karte, also die Zenturion, die kostet 5000 Dollar Gebühren pro Jahr. Damit du die einfach nur in deinem Portemonnaie haben kannst, musst du schon 5000 Dollar im Jahr zahlen. Aber du kriegst auch krasse Sachen dann. Du kriegst ja so Zugang zu so Flughafen-Lounches und irgendwie Transport zum Flugzeug mit so einer Limo oder sowas. Oder Hotels kriegst du dann auch günstiger oder so Upgrades. Genau, genau, du sprichst das Richtige schon an. Die schwarze Karte kannst du übrigens auch nicht einfach so beantragen, sondern die kriegst du nur auf Einladung. Also das ist wie so eine MS Birkin Bag, ein richtiger Flex, den du haben kannst. Ich würde sogar sagen, ja, würde ich sagen, ist ein größerer Flex, aber auf jeden Fall vergleichbarer Flex, weil es kostet dich ja im Endeffekt 5000 Dollar jedes Jahr. Und eine MS Birkin Bag ist ja nur ein Einmalkauf, der 10.000 Dollar kostet. Ja, und American Express hat ein Geschäftsmodell aufgebaut, das echt sehr interessant ist. Nämlich im Endeffekt haben sie es geschafft, so eine ganze Economy der Treuepunkte aufzubauen. Also diese Payback-Punkte, Payback gehört übrigens auch zu American Express, dieses System der Payback-Punkte haben sie auf Kreditkartenbasis praktisch erfunden und perfektioniert. Sie nehmen ja mit ihrer Kreditkarte Gebühren ein und was sie machen ist, sie geben dir wieder als Nutzer der Kreditkarte Benefits zurück. Und weil sie ja höhere Gebühren nehmen, können sie dir auch höhere Benefits schon mal geben. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil von dem ganzen Modell. Und weil American Express auch so ein bisschen vorfiltert durch die Preise zum Beispiel dieser Premium-Karten, wer einen American Express beantragt, dadurch sorgen sie auch dafür, dass eher die zahlungskräftigsten Kunden zu American Express kommen. Also zum Beispiel 50% der Kunden sind so kleine mittelständische Unternehmer, die haben ja automatisch sehr viel Umsatz, der bei ihnen drüber läuft. Und die anderen 50% etwa sind Privatpersonen, die natürlich auch eher viel Umsatz bringen. Und gerade in der Reisebranche, in der Tourismusbranche, so dort natürlich viel Umsatz liegen lassen. Und American Express belohnt das ja mit den Treuepunkten, die sie aufgebaut haben. Plus, die geben dir bei ganz vielen Meilensteinen, die du gemacht hast, irgendwie dann auch nochmal Cashback und sowas. Also zum Beispiel, wenn du dir eine Platinkarte beantragst, in den USA bekommst du irgendwie auf die ersten 5.000, 6.000 Dollar, die du im Supermarkt ausgibst, kriegst du irgendwie 6% Cashback. Das ist deutlich mehr, als sie an Gebühren einnehmen. Aber das können sie sich einfach aus der Gebühr heraus, die sie ja jedes Jahr von der Karte überhaupt erst einnehmen, schon leisten. Und ganz viele Unternehmen bezahlen sogar American Express, indem sie sagen, hey, wir wollen, dass eure Kartennutzer zu uns als Kunden kommen und bei uns Geld liegen lassen. Und deswegen geben wir euch zum Beispiel irgendwelche Dienstleistungen oder irgendwie Guthaben kostenlos. So hat das Disney Plus zum Beispiel gemacht. Also du kriegst einfach, wenn du eine American Express Karte hast, 84 Dollar Disney Plus im Jahr kostenlos. Also 9 von 12 Monaten Disney Plus oder so hast du schon kostenlos raus. Und die restlichen musst du dann eben selbst bezahlen. Und so versucht natürlich Disney Plus auch Kunden zu gewinnen, indem sie einfach American Express Nutzern eigentlich Disney Plus schenken. Krass. Also Payback ist ein ganz kleiner Teil davon und Payback ist so die Spitze des Eisbergs, weil man so versucht natürlich die Leute immer weiter an diese Treuepunkte zu gewöhnen. Und das eigentliche System, auf das Payback zum Beispiel in Deutschland führt, ist ja auch, dass du dann zum Beispiel die blaue Payback American Express Karte holst. Es gibt ja eine Payback American Express, mit der du noch mehr Punkte sammeln kannst und dann langfristig dann hoffentlich in die Gold und Platin Karte rein wechselst. Und die Gold und Platin Karte sind eben dadurch so attraktiv, dass man einen Nutzer hat, der extrem viel Geld ausgibt. Und gleichzeitig aus Sicht eines Händlers ist das natürlich auch sehr interessant, weil da willst du aus Sicht, sagen wir mal von Hilton, jemanden haben, der eine Nacht bucht und irgendwie 100 Dollar bezahlt. Oder willst du jemanden haben, der eine ganze Woche bucht und 200 Dollar pro Nacht bezahlt oder sowas. Deswegen, also für die Reiseunternehmen ist das besonders interessant, eben diese American Express Kunden zu haben, auch wenn die Gebühren höher sind, auch wenn es halt dann so ein bisschen kostet, die anzuwerben. Und im Endeffekt passt es deshalb auch, dass Berkshire Hathaway über 20 Prozent der American Express Aktien hat, weil Berkshire Hathaway genau diese Geschäftsmodelle von so Treuepunkten liebt. Weil Berkshire Hathaway hat auch schon damals in Kalifornien so ein System wie Payback damals aufgekauft, weil der Vorteil ist, ja die Kunden geben ja erstmal Geld aus. American Express kassiert auch extrem viele Gebühren und diese Treuepunkte, die dann irgendwann mal eingelöst werden, die werden ja erst langfristig eingelöst. Also man hat so immer auch so einen Float, der dann in dem Geschäftsmodell eigentlich so rumschwimmt und dir sehr viel kostenlose Finanzierung eigentlich erlaubt. Und das zu dem Geschäftsmodell, also ich finde es extrem genial. Es ist gar nicht mit Visa und Mastercard vergleichbar, weil man sich mehr auf diesen Banking Aspekt konzentrieren muss. Bei American Express ist es wichtiger, dass die Karten ausgeben, als dass sie dieses Netzwerk machen. Das Netzwerk machen sie vor allem, damit sie die Gebühren erheben können und das Management hat auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes und mutiges Ziel. Die sagen, American Express soll 15% Gewinnwachstum pro Jahr schaffen plus du kriegst ja nochmal 1,2% Dividendenrendite. Also da könnte schon einiges bei rumkommen. American Express hat übrigens ein KGV von 18. Also sehr spannend für Leute, die in Wachstumsaktien investieren wollen. Man muss aber auch sagen, natürlich muss man solche Ziele sich ein bisschen kritischer anschauen, weil 15% Gewinnwachstum, ja kann man das denn erreichen? Und genau das haben wir natürlich in der Analyse gemacht. Da haben wir uns mal ein bisschen genauer angesehen, wie sehen denn wirklich die Unit Economics von American Express aus? Wie sieht das denn im zeitlichen Kontext aus? Also auf 10 Jahre, was hat sich da getan? American Express hat auf jeden Fall ein paar Hebel in Bewegung gesetzt. Es sieht aktuell sehr interessant aus bei American Express und alles weitere findet man in der Analyse in den Shownotes. Ja, sehr spannend. Noch eine Abschlussfrage. Warum ist die American Express Aktie in den letzten Monaten so krass gestiegen? Weißt du das? Die ist ja wirklich zwei, drei Jahre seitwärts gelaufen und hat das was mit den Zinsen zu tun? Weil ich meine, du sagst ja, die sind eine Bank. Könnte ich mir vorstellen, dass die wahrscheinlich die Zinseinnahmen auch ordentlich gestiegen sind. Also ja, ein ganz großer Vorteil von American Express ist, dass sie eben viel am Tourismus auch hängen und ja, natürlich auch am Zins hängen sie auch. Also davon profitieren sie definitiv auch, aber wobei man ja sieht, dass die Zinsen, das fing ja schon irgendwann 2022 an. Aber bei American Express sieht es einfach so gut aus, dass es auch gerade sehr krass wächst. Also das Wachstum jetzt in den letzten Jahren war, also seit 2021, 2022 war jeweils über 20 Prozent, glaube ich. Und der Tourismus brennt einfach praktisch und American Express ist ein Unternehmen, das auch nah am Tourismus dran ist. Und wenn natürlich mehr für Hotels ausgegeben wird, wenn mehr für Flüge ausgegeben wird, wenn die Leute mehr verreisen und ihre American Express Karten zum Glühen bringen, dann profitiert so ein Unternehmen auch davon. Ah ja, spannend. Ja, ich werde mir die Analyse nochmal genauer anschauen und ja, ich finde das auf jeden Fall super gut, weil es ist ja ein starkes Wachstum, mag ich, Dividendenwachstum mag ich auch. Es passt ganz gut, finde ich. Da muss nur noch der Preis am Ende passen. So sieht es aus. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schaut auf jeden Fall die Analyse an und ich kann schon mal verraten, nächste Woche gibt es eine kleine Überraschung zur hundertsten Folge dieses Podcasts. Da auf jeden Fall einschalten. Ja, und dann hören wir uns dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.